Warum sitzt denn die Sau unter meinem Schreibtisch? Mach dich ins Neste, hau ab! So redet man nicht mit seiner Mutter. Hey, wer hat denn noch einen Februar? Na, Mainox und ich. Du hast am 13. und wann hast du Mainox? 28. Zum Glück nicht am 29. Du bist ja fast ein verbotenes Kind geworden. Ja, ja. Ein Pfeil für die Mülltonnen. Tom, wird das mit den Händen eigentlich schlimmer mit der schälenden Haut? Junge, der häutet sich einfach wie eine Schlange. Wenn sie den nächsten Monat im Fitti sehen, wird er schwarz sein. Ja, ja. Ne, das ist einfach, weil ich momentan halt sehr viel hängende Übungen mache. Und das geht halt auch übrigens auf der Hand. Junge, meine hängende Übungen gehen immer richtig auf den Hals. Ich weiß auch nicht warum. Ja, weil du... Komm, 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 komm. Oben! K, 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 K. K... Nein, ich komme auf mein Mauskabel. Sind Sie gerade gekommen? Das war jetzt wirklich... Mommy zwei-Katz, Mommy zwei-Katz, bei denen macht nur der erster was. Ai, ai, ai. Nee, das Eis hab ich schon gefressen. Ich frage es jetzt einfach nur Gruppenversch. Ich habe auch gerade ein Eis verzehrt. Was hatten Sie Schönes? Keine Ahnung, habe ich einfach gefunden. Ja, wonach hat es denn geschmeckt? Nach Scheiße. Nach Scheiße. Nach Eis. Wo ist es hier? Twitter, Polizei Sachsen. Enzo, was haben Sie denn wieder gemacht? Ein Unbekannter hat an der Haltestelle Straßburger Platz in Dresden eine Frau sexuell belästigt. Die hat gesagt, die findet mich nett. Also rufst du jetzt an und sag da Enzo was. Ja. Aber wie gesagt, du musst denen auch sagen, dass die zu mir gesagt hat, dass sie mich nett findet. Nö, nö. Ich sag, du wolltest den Arsch auf. Junge, sie haben ja auch die Glockmondaufgang. Die habe ich so lange bespielt. Das misst viel. Junge, der Mond ist aufgegangen. Der Mojang hat sich erhangen. Junge. Meinungs, hat mir noch ein dickes Knife gezogen oder was? Nee, der will auch Roomtour machen. Weiß ich. Ja. Ich kriege Wohnung wahrscheinlich. Ich hatte heute Wohnungsbesichtigung. Keine Bruchgute, will ich nur sehen. Zu 3,5-4-Ampfänger. Hey Junge, habt ihr den Clip gesehen, wo Markus Rühl mit der militanten Veganerin ein Interview gemacht hat? Das ist so geil, Alter. Das ist ja nicht auszuhalten, was die Freundschaft gibt. Sie vergleicht das mit Fleisch essen, mit Sklaverei und dem Holocaust und er einfach, ja, ich würde auch einen Hund essen. Wenn ich gerade einhaken darf, ich würde auch einen Hund essen. Er ist so ein Savage. Er ist so ein Savage. Warte, warte, Türkei-Wahl? Was, Türkei? Was für Wahlen? Naja, das frage ich mich ja auch. Das ist ja nicht der gute Halt, Erdogan. Na, ich sag mal so, der andere sieht auch schon verdächtig nach irgendwas aus. Das sind Türken, die sind alle verdächtig aus, weil wir Rassisten sind, Möje. Grünes Klassenzimmer? Heißt ein Grünes Klassenzimmer nicht einfach eine Uhrzeit? Ja, ein Grünes Klassenzimmer ist draußen. Nee, wir hatten auch ein Grünes Klassenzimmer bei uns alle. Gebt Ruhe! Ich dusche. Jungs, ich mach mich vorbeid. In diesem Sinne. Ich glaube, ich spinne. Ich reib mir jetzt noch ein bisschen die Kümel. Du kaust schon wieder zu viel Rinde. Ja. Sie ziehen durch ein zweites Loch in ihrem Kopf die Winde. Und sie benehmen sich wie ein Kinde, was ich ziemlich peinlich finde. Also, hauen sie rein. Ich bin kein Sch... Mein Limmel ist klein. Doch in deine Mom passt er nur ganz schwierig rein. Ich werde jetzt duschen gehen und danach in der Dusche wird mein Limmel stehen. Danach mir eine Schlinge um den Hals legen. Lehen. Nulldeutschen Rhymes, ja. Eins auf sieben. Eins auf sieben. Steine gerade hinter dir. Ja, one banana. Was? Dude! What the fuck! Ah, hier. So wirst du zum Eifer. Hau dir zu jedem Frühstück mindestens drei Pfannen in die Eier. Schlafe, schlafe. Geh nur mit geöffneter Tür kacken. Das stärkt deine dummen Hand. Schlafe nur mit Männern. Das erhöht dein das ist der Wunschspiel. Schön, dass das Ruhe in deinem Arsch bringt dir aber nicht viel. Nutz Tabasco als Augentrop. Schmerzresistenz und vermöbel Kinder im Ikea-Spielzeugparadiz. Klammernd Dominanz. Frag deinen Taxifahrer, wo er hin muss. Du stellst dir die Fragen. Schenke Obdachlosen-Spielgeld. In Klammern hinterher. 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 Sag deinen Eltern, wenn du 18 bist, müssen sie ausziehen. In Klammern klare Regeln. You're going three to six. What the fuck? Yeah bro, you need two magazines to kill one guy, man. I'm your mom. The only thing you need is my dick out of your mouth. Fucking bitch. No two. Man. You're throwing your enemy out. What the fuck? Das ist top tier eigentlich. Der hat sein eigenes Stimmer und kann das tourmüllen, wie er will. Das heißt, falls jemand eine abschleppen, kann halt der in eins von den Doppelbetten zum Beispiel gehen. Eine abschleppen. Oder einen abschleppen, wenn der es lieber ist, Tobi. Mir oder egal. Ich bin mal entspannt, mit welchen Krankheiten wir uns dieses Jahr holen. Echt? Lui. Was machst du, Cedric? Lunges mit Mechanik. Der ist früh in der Matrix rein. Der ist früh in der Matrix. Digga, sie hätten beide mittlerweile für 1500 verkaufen können. Hätte wäre, wenn und aber. Hier noch eine Blase. Einfach mal halten, Digga. Es wird nichts gehalten. Hätten wir vor zwei Monaten angefangen zu stopfen, werden wir auch 10kg schwerer. Der maximale Worte. One cycle won't turn. Ich hatte nach dem Männertag, durch die Pressatmung beim Armdrücken, habe ich einen Pneumotorax bekommen. Aber da musst du ja so grundlos übertrieben haben. Junge, gegen Richard habe ich mir eingeredet, dass es gerade um alles geht. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so sehr angestrengt. Ja, und vor allem hast du verloren. Ja, aber nach zwei Minuten oder nach zweieinhalb Minuten und der Typ wiegt 95kg. Imagine, der Arzt hätte ihm so gesagt, ja, ich denke, du hast einen Pneumotorax, du solltest in der Notaufnahme und Ernst so, nee, ich glaube, ich nehme einfach ein bisschen homöopathisches und das passt schon. Die Arzt, glaube ich, wir nur Geld machen. Ja, ja. Ein bisschen bringt er schon. Aber man kann nicht alles homöopathisch. Er guckt dich an, er guckt dich an und drückt einfach ab. WTF? Äh, was ist da los? Ich bin nett. WTF? Ich bin nett. Ich muss ja machen jetzt. Ich bin gut, ich bin gut, ich bin gut. Gehen sie mal ins Internet und geben sie den Kamele-Rechner ein. Ich habe das innen mit gelöscht. Du hast das Internet gelöscht? Ja, Kamele mieten. Junge, das erste, was kommt, ist Kamele mieten. Junge Kamelverleih zum Shop Milch, Souvenir und Bekleidung, Alter, Kamelverleih. Junge Kamelmilch. Tom Berlin Shop heute noch einen Liter Kamelmilch rein. Junge, man kann hier Kamele kaufen. Mama Bildschirmübertrag. Riesenesel. Warte, wo ist der Moja? Wo ist der Riesenesel? Ah je, da ist er. Ich kaufe mir Kamele. Junge, das ist ein bisschen. Junge, Junge, faham, Junge, das ist ja, Junge. Bis zum nächsten Mal.